Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und beides sind erotische Liebesromane. Wen dieses Video also nicht interessiert, das nächste Mal gibt es dann wieder ein Jugendbuch als Vorstellung. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Nimm mich, von Cherry Adair. Das ist eine Neuauflage des Romans, also dieses Buch ist schon ein bisschen älter. Und ja, ich habe das Buch beim Verlag gesehen und habe es angefragt und habe es auch netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag für dieses Schätzchen. Meine Waschmaschine singt. Ich habe dieses Buch dann auch gleich gelesen, als es ankam und ich habe es an einem Abend fast komplett durchgesuchtet. Habe dann den nächsten Tag einfach noch so die letzten 50 Seiten gelesen, denn ich muss sagen, mir hat das Buch richtig gut gefallen. Das ist so eine richtig tolle, übertriebene, überzogene, unrealistische Liebesgeschichte mit Erotik halt auch. Und ja, mir hat das super gefallen. Ich stehe auf Kitsch und Klischees und ich mag das, wenn das überzogen ist. Gerade bei Liebesromanen, da stört mich das ja so überhaupt nicht. Und ja, mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Ich fand es, wie gesagt, war richtig cool und richtig süß. Ich mochte die Charaktere, ich fand das Setting toll, ich fand das Ganze drum und dran cool. Ich muss aber auch sagen, dass mir bei dem Buch ein bisschen was gefehlt hat. Mir hat so ein bisschen das Drum und Dran gefehlt bei der Geschichte. Aber ich erkläre euch erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ich werde euch jetzt ein ganz kleines bisschen auf den Prolog spoilern, um euch die Geschichte besser zu erklären. Denn das, was hinten drauf steht, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Geschichte, um einem die Geschichte halt schmackhaft zu machen. Aber man erfährt schon gleich im Prolog, worum es eigentlich geht und was so da dahinter steht zu dem, was auf dem Klappentext steht. Deswegen würde ich euch jetzt hier ein ganz, ganz kleines bisschen anteasern, dass man einfach die Zusammenhänge ein bisschen besser versteht. Und ja, in diesem Buch geht es um Jessie. Und Jessie ist 21 Jahre alt, total am Verzweifeln. Sie arbeitet in einem heruntergekommenen Dino, so einem Truckstop an der Autobahn. Und ja, ihr Auto wurde geklaut von dem aktuellen Lover ihrer Mutter. Und sie hat kein Geld. Und jetzt ruft mein Freund an. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt hat mich mein Freund total aus dem Konzept gebracht. Ähm, sorry. Ja, also es geht um Jessie. Jessie ist 21 Jahre alt, total am Verzweifeln, arbeitet in so einem heruntergekommenen Schäbigen Dino an der Autobahn. Sie hat kein Geld. Ihr Auto wurde geklaut von dem aktuellen Lover ihrer Mutter. Und sie weiß einfach nicht, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Und lernt dann an einem Abend Joshua at Falcon kennen. Und Joshua ist genauso verzweifelt, denn er sucht eine Frau. Oh, sein Onkel hat ihm ein Ultimatum gestellt, denn er und sein Cousin sollen die Firma übernehmen. Und der, der zuerst verheiratet ist, bekommt den Geschäftsführerposten inne. Und sein Cousin heiratet am nächsten Tag mittags. Und nun ist Joshua total am Verzweifeln, denn er ist total das Arbeitstier und tut alles für die Firma. Und seinen Cousin interessiert das eigentlich alles überhaupt nicht. Und ja, so bittet Joshua, Jessie spontan seine Frau zu werden. Und das natürlich auf rein geschäftlicher Basis. Und Jessie, total verzweifelt, wie sie ist. Und da sie ja eh nicht weiß, was sie mit ihrem Leben machen soll, stimmt dem Ganzen zu. Das ist die Ausgangssituation unserer Geschichte. Und dann machen wir einen Zeitsprung sieben Jahre später. Und in diesen sieben Jahren ist natürlich einiges passiert. Und Jessie und Joshua haben sich weiterentwickelt. Und sind zu erwachsenen Menschen herangereift, sag ich mal. Und haben sich diese ganzen sieben Jahre nicht ein einziges Mal gesehen. Okay. Und ja, die Ehe ist aber immer noch da und sie ist immer noch gültig. Und Jessie hat einen ganz, ganz großen Wunsch. Sie möchte ein Kind. Und zwar möchte sie nicht einfach irgendein Kind von irgendeinem fremden Mann. Sondern sie möchte ein Kind von ihrem Ehemann. Der hat natürlich das ganze vehement abgelehnt und hat gesagt, such dir eine Samenbank. Ich möchte mit dir kein Kind und ich will keine Kinder. Und hast du nicht gesehen. Und ja, so fasst Jessie einen Plan. Und Jessie begegnet Joshua dann wieder auf der Weihnachtsfeier seines Onkels. Und sein Onkel weiß, wer Jessie ist. Und er hat halt auch all die Jahre sich um sie mit gekümmert und Kontakt zu ihr gehalten. Und hat für sie gesorgt, dass sie halt auch ihren Abschluss nachholen konnte. Dass sie studieren konnte. Und hat sich halt so ein bisschen halt auch als Familie um sie gekümmert. Denn Jessie ist halt alleine. Und ja, nun treffen die beiden nach sieben Jahren aufeinander. Und Joshua hat keine Ahnung, wer sie ist. Und wie gesagt, Jessie hat einen Plan. Sie möchte ein Kind. Und so versucht sie ihren Ehemann zu verführen, der absolut ahnungslos ist. Und ob das am Ende alles so gut ist, was sie sich da ausgedacht hat. Und ob ihr Plan Erfolg hat. Und ob das am Ende vielleicht nicht doch alles rauskommt. Das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, dass die Handlung mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte die Handlung. Ich fand die Charaktere ganz, ganz toll. Also ich mochte Jessie als Protagonistin in diesem Buch total. Sie war mir ultra sympathisch. Und man hat halt auch gut ihre Weiterentwicklung gemerkt. Und diese Schritte, die sie gemacht hat in diesen sieben Jahren. Und Jessie ist einfach eine ganz, ganz tolle Person. Und sie war mir sehr sympathisch. Und ich fand, sie hat die Geschichte super getragen. Und das war einfach alles so ganz, ganz toll. Und ich konnte das bei ihr alles so gut nachvollziehen. Und ich konnte es verstehen. Und ich konnte auch gerade am Ende das alles verstehen, wie das dann alles ausgegangen ist. Und es hat mir ultra gut gefallen. Also wie gesagt, tolle Handlung, tolle Protagonistin. Was Joshua angeht, fand ich ihn auch richtig gut. Er hat mich so ein bisschen an Christian Grey erinnert. Also dieser Mann mit so ein bisschen einem Schaden aus seiner Kindheit. Er steht jetzt zwar nicht auf Auspeitschen und so ein Scheiß. Aber so vom Charakter zu klärt er mich schon so ein bisschen an Christian Grey erinnert. Auch mit dieser Sache, mit der Geliebten und diesen nicht länger als ein Jahr. Und ja, ich kann nur sagen, dass Joshua, dieser Name ist echt schwer auszusprechen, mir im großen Gänzen auch gut gefallen hat. Ich mochte auch die Nebencharaktere, die aber hier wirklich nur so am Rand so mit eine Rolle spielen. Also es geht in dieser Geschichte wirklich vordergründig um die beiden und um die Beziehung der beiden. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte mir gerne bei der Geschichte so ein bisschen mehr drumherum gewünscht. Denn man hat die ganze Zeit das Gefühl, Jessie hat keine Freunde. Die arbeitet nur und hat halt nur ihre zwei Chefs, mit denen sie da halt so verkehrt. Diese zwei Chefs sind wiederum mit Joshua verwandt. Und ja, man hat halt das Gefühl, sie hat eigentlich kein soziales Umfeld. Was sie aber eigentlich hat, was man aus Nebensätzen dann immer so ein bisschen erfährt. Und ich fand das auch ein bisschen unglaubwürdig, was ihre Arbeit anbelangt. Denn eigentlich arbeitet sie Vollzeit als Innenarchitektin. Und dann von jetzt auf gleich hört sie einfach mal auf zu arbeiten. Kein Thema. Kann jeder Mensch. Ich kann auch morgen zu meinem Chef gehen und sagen, ich brauche mal eine Pause. Ich komme mal die nächsten zwei Monate nicht. Also das war so ein bisschen unrealistisch, extrem. Und mit sowas, wir hätten so zwei Sätze in dem Buch vielleicht einfach gereicht. So, dass sie ihr aktuelles Projekt abgeschlossen hat und jetzt halt kein neues Projekt annehmen möchte. Aber nein, sie hat gearbeitet die ganze Zeit und auf einmal kam Sprung und sie hat nicht mehr gearbeitet. Und das war halt so ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, das Buch ist halt unrealistisch und man darf das alles nicht so ernst nehmen in dieser Geschichte. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, fand ich das schon alles sehr süß, wie das abgelaufen ist. Ja, also wie gesagt, ich hätte mir gern so ein bisschen mehr soziales Umfeld für Jessie gewünscht. Und das hätte das Ganze für mich irgendwie greifbarer gemacht, wenn sie vielleicht noch eine Freundin gehabt hätte oder irgendwas. Aber sie war halt die ganze Zeit ganz alleine und hatte da, wie gesagt, halt nur ihre zwei Chefs. Das war ein bisschen traurig. Das war mir echt traurig. Naja, auf jeden Fall gibt es halt zu den Nebencharakteren nicht viel zu sagen, weil es nicht viele gab. Und Balancing gab man die halt für die Geschichte jetzt auch nicht extrem wichtig. Außer vielleicht der Onkel am Ende. Aber ansonsten hat es halt nicht wirklich eine Rolle gespielt. Was das Setting betraf, wir befinden uns hier in San Francisco. Ich liebe San Francisco als Setting. Ich möchte irgendwann in meinem Leben auch mal in San Francisco. Ach ja, ich hatte es ja bei der Diamonds Follower-Frei schon gesagt, dass ich dieses Setting ultra liebe. Und auch in dem Buch hat mir das Ganze richtig gut gefallen, wie das auch alles beschrieben wurde. Und auch dieses Drum und Dran. Und auch wo beschrieben wurde, wie die Häuser aussehen, weil Jessie ist ja Innenarchitektin. Und ja, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also so im Großen und Ganzen, was das Setting betrifft, konnte ich mir das gut vorstellen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Cherry Adele betrifft, kann ich auch nur sagen, dass das so ein lockerer, leichter, erotischer Schreibstil ist. Der hat super gut zur Geschichte passt. Man liest hier aus den Sichten von beiden, also einmal von Jessie und von Joshua. Und die Kapitel und die Sichtweisenwechsel sind im Kapitel. Also ich habe damit ja keine Probleme. Ich kann das ja auch schon von Aline singen. Aber es gibt ja Leute, die mit sowas Schwierigkeiten haben, wenn dann so mitten im Kapitel so nach einem Satz Punkt bub spricht auf einmal der andere. Ich weiß, dass es Leute gibt, die damit Probleme haben. Deswegen erwähne ich es an dieser Stelle. Aber mich hat es persönlich so überhaupt nicht gestört. Ich fand es gut gemacht. Und man hat auch jetzt nicht überlegt, aus wessen Sichtweise man jetzt liest. Also es war immer klar, ich lese jetzt ihn oder ich lese jetzt sie. Das Buch ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also ich kann wirklich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Ich fand, es war eine super süße, tolle, erotische Geschichte so zwischendurch. Es war richtig schön kitschig und schmalzig und überzogen und übertrieben. Und natürlich hatte er Geld und sah gut aus. Und ja, ich fand es einfach toll. Und ich fand Chelsea toll. Also von daher kann ich euch Nimm mich von Cherry Adair wirklich nur empfehlen. Und ich mochte das Buch und ja, fand es ganz, ganz toll und kann es euch nur empfehlen. Lest es, wenn ihr süße, niedliche, erotische Geschichten mögt, so wie ich. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich euch in meinem Vlog schon gezeigt. Und da habe ich euch auch erzählt, dass ich es mir gekauft habe, weil Seralina mir gefühlt 150 Mal in die Kommentare geschrieben hat, dass ich das Buch unbedingt lesen soll. Und ich hatte es ja schon in der Hand. Und dann habe ich hinten den Rückband gelesen und habe gedacht, das spricht mich so überhaupt nicht an, was da hinten drauf steht. Und dann habe ich es mir aber gekauft und habe es gelesen, wie gesagt, auf Seralinas Empfehlung hin. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, und zwar geht es um Du bist mein Feuer von Isabel Ronan. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht, dieses Buch gekauft zu haben. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Es ist keine Geschichte, die für mich rundum perfekt war. Es waren hier einige Sachen drin, die mich in diesem Buch auch genervt haben. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das eine richtig tolle, süße College-Geschichte. Und wenn man das hinten drauf liest, dann denkt man nicht, dass es um sowas geht. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich finde das echt unglücklich, dass das hinten so geschrieben ist, wie es steht. Und wenn man in den Klappentext liest, dann wird einem einiges klarer, weil dann sieht man, dass sie Studentin ist und alles. Aber wie gesagt, so hinten der Rückband hat mich nicht wirklich angesprochen. Und ja, jetzt habe ich es aber gelesen, um auf den Punkt zu kommen. Ich habe es jetzt gelesen und ich kann sagen, dass es eine süße New Adult-Geschichte ist auf dem College, die total übertrieben und überzogen ist auch und die absolut kitschig ist. Auch erotische Sehnen hat so ein paar. Aber jeder, der New Adult mag, dem würde ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt so nach New Adult aussieht. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wie gesagt, gerade nachdem, was hinten draufsteht. Aber es ist eine richtig tolle New Adult-Geschichte. Und ja, ich erkläre euch jetzt mal mit meinen Worten, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Veronica. Und Veronica ist ein Mädchen, was alleine ist und für sich selbst sorgen muss. Und Veronica muss da aus ihrer Wohnung ausziehen und ist jetzt quasi obdachlos. Und sie hat keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Sie ist noch auf dem College und versucht alles, um das College auch zu beenden. Und ist ziemlich verzweifelt. Und was macht man, wenn man verzweifelt ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Richtig, man geht in eine Bar oder eine Disco und bedrinkt sich. Und das tut Veronica. Und sie hat ihr schickstes Kleid angezogen, was sie hat. Sie besitzt auch, glaube ich, nur dieses eine Kleid. Und ja, geht in diese Bar und bedrinkt sich bis zum Sanctum-Mirn-1-Tag. Und trifft dann in dieser Bar auf Caleb. Und Caleb sieht sie und Caleb ist wie vom Blitz getroffen und zing. Und das ist meine Traumfrau und diese Frau möchte ich haben. Das ist die eine. Und er traut sich aber nicht so richtig, sie anzusprechen, weil sie halt zu verführerisch auf ihn wirkt. Und Veronica rettet ihn dann aber aus einer Situation. Und die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch. Aber Caleb tut es dann schon verbocken. Und Veronica geht von dannen. Aber das Schicksal möchte natürlich, dass die beiden sich begegnen. Und so rettet Caleb Veronica aus einer sehr, naja, nicht so guten Situation. Und da sie so betrunken ist, dass sie nicht mal mehr quasi gerade auslaufen kann, nimmt er sie mit zu sich nach Hause und gibt ihr ein Dach über den Kopf quasi für diese Nacht. Und bringt sie ins Bett und denkt sich so, mein Gott, lass die Frau den Rausch ausschlafen. Und ja, Veronica tut dann auch noch was, was absolut... Oh Gott, war das peinlich. Und ja, sie tut dann halt auch noch etwas, was Caleb nicht so erfreut und er nicht so cool findet. Es mega peinlich für sie ist. Aber naja, wie gesagt, er bringt sie dann halt zu sich nach Hause und gibt ihr ein Dach über den Kopf für diese eine Nacht. Und die ist halt einfach rum. Caleb erfährt dann am nächsten Tag so Stück für Stück, wer Veronica ist und was ihr Problem ist. Und aus einem Impuls heraus bietet er ihr an, dass sie bei ihm wohnen kann. Für umsonst. Und sie fragt sich, was so da dahinter steckt und was er von ihr will und ist total misstrauisch. Ich meine, wer wäre das nicht? Und sagt dann, okay, ich wohne bei dir, aber dann koche ich für dich und mache halt hier so ein bisschen den Haushalt. Und er sagt, ja, okay, dann koch halt für mich und kümmere dich um meine Mahlzeiten. Und ja, dann beginnen die beiden halt diesen Deal einzugehen und Veronica zieht bei ihm ein. Und Caleb versucht alles, dass er sie quasi weichklopfen kann. Und er merkt aber sehr, sehr schnell, dass er mit seinen üblichen Anmachsprüchen bei ihr nicht weiterkommt. Und dass sie halt ein sehr, sehr verletzlicher Mensch ist und dass sie halt auch einfach schon mega viel in ihrem Leben erlebt hat. Und dass er bei ihr sehr, sehr hartnäckig sein muss, um quasi sie dazu zu bereden, mit ihm auf ein Date zu gehen. Und ja, ob er es am Ende schafft, mit ihr zusammenzukommen oder halt auch nicht, das ist halt das Große, worum es in dieser New Adult-Geschichte geht. Und das ist ja immer so das Große Ganze, werden sie oder werden sie nicht. Und ich muss sagen, dieses Buch ist recht dick. Also ich hatte ja beim Berühre mich nicht schon gedacht, so 400 Seiten. Und hier sind es gerade mal noch 600, also nochmal 200 Seiten mehr. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, ist das ein dickes Buch. Aber ich habe es nach zwei Tagen durch. Also ich habe mich hingesetzt, habe den ersten Tag gelesen, habe ich glaube ich so die Hälfte gelesen und am nächsten Tag nochmal die Hälfte. Und dann war ich fertig. Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich so schnell durch das Buch gekommen bin. Aber man fliegt wirklich nur so durch die Seiten, was halt auch an diesem lockere, leichten, einfachen Schreibstil liegt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt einmal mit dem Schreibstil angefangen habe, machen wir den heute mal zuerst. Es ist ein lockere, leichter Schreibstil, der super zur Geschichte passt. Er ist dramatisch an den richtigen Stellen, er ist auch witzig. Und es ist auch spannend in der Geschichte. Gerade zum Ende hin baut sich dann eine gute Spannung auf. Auch wenn die Handlung sehr offensichtlich ist, finde ich, hat die Autorin es trotzdem noch geschafft, das so ein bisschen so in eine Spannung reinzubringen. Und das fand ich gut. Also wie gesagt, vom Schreibstil her kann ich mich nicht beschweren. Es ist ein schöner, lockerer, leichter Schreibstil, passend zu einer New Adult-Geschichte. Wie gesagt, was die Handlung betrifft, war sie halt sehr offensichtlich. Und sie hat halt nichts verborgen. Die Plot-Twists, die kamen, die hat man kommen sehen. Und es war halt nichts Überraschendes in dem Sinn, in der Geschichte. Also es ist auch die Entwicklung, die diese Geschichte macht. Also ich muss sagen, ich fand den Verlauf der Geschichte an für sich richtig gut. Und mir war das alles ein bisschen zu langwierig. Also ich fand diese 600 Seiten einfach mega viel. Da hätte man locker 150 Seiten einsparen können. Und ja, das hat sich halt für mich alles so ein bisschen gezogen. Das war halt so ein bisschen schwierig, dass ich bei manchen Kapiteln einfach nur gedacht habe, unnötig. Das brauchen wir jetzt nicht. Das müssen wir jetzt nicht lesen. Das ist unnötig. Und dadurch, wie gesagt, hat sich das ganze Buch für mich so ein bisschen in die Länge gezogen. Aber es hat sich trotzdem mega schnell lesen lassen. Und ja, also zu allem kann ich nur sagen, dass ich den Verlauf und die Entwicklung der Geschichte mochte. Es sich aber für mich teilweise schon gezogen hat. Und ja, was die Charaktere betraf, fand ich Veronica als Protagonistin eigentlich ganz cool. Nur sie war mir mal an manchen Stellen ein bisschen zu verbohrt und zu in sich gekehrt. Wo ich mir denke, Mensch, der Kerl hat jetzt alles für dich getan. Und du weißt den immer noch ab. Also der reißt sich da für die echt den Arsch auf, was er alles macht. Und sie sagt immer so, nee, sorry, nope, ich kann ihr nicht vertrauen. Und er hat aber wirklich alles getan und alles gegeben. Und sie immer so, nö, nö. Wo ich mir dann gedacht habe, so Mädchen, Alter. Ja, nee, ist klar. Ich mochte Veronica im Großen und Ganzen schon. Aber wie gesagt, an manchen Stellen konnte ich sie einfach nicht verstehen. Gerade wenn es um Caleb ging. Und ja, was Caleb betrifft, kann ich auch nur sagen, dass der mir im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich habe ihn immer gut verstanden. Ich konnte so ein, zwei Handlungen auch nicht wirklich verstehen. Gerade in Bezug auf Veronica. Also was jetzt nicht unbedingt mit ihr zusammenhängt, aber mit ihrem Charakter und dem, was sie über diese Situation dann denken könnte. Wo ich mir dann so denke, warum legst du dir eigentlich immer selber Steine in den Weg? Das waren so unnötige Situationen, wo ich mir so dachte, ah, seid ihr doof. Aber solche Situationen sind gut, weil man da als Leser nämlich mitgeht und genau sich über solche Sachen aufregt. Und diese Charaktere für diese Situation verflucht und sich denkt so, oh, warum tust du das? Ja, also wie gesagt, ich bin voll mitgegangen mit den Charakteren. Und was ich so ein bisschen gruselig fand, war Calebs Besessenheit von Veronica. Also der war wirklich regelrecht von der Frau besessen. Also auch dann, wo die dann zusammengekommen sind. Ich glaube, das bolle ich ja niemandem, wenn ich dann sage, Überraschung, sie kommen dann irgendwann mal zusammen und dann irgendwann geht es wieder auseinander. Auf jeden Fall, wo die zusammengekommen sind, der war schon wirklich so, kein anderer Mann darf dich anfassen, kein anderer Mann darf dich angucken, kein anderer Mann dies. Und ja, da habe ich mir echt so gedacht, so das ist creepy. Also das ist wirklich creepy. Diese Obsession, die er einfach für sie entwickelt hat, die war für mich einfach so ein bisschen zu viel. Das hätte man ein bisschen rausnehmen können. Wäre das für mich so glaubwürdig gewesen. Ich meine, wir wissen alle, dass solche Geschichten total überzogen sind und unglaubwürdig und unrealistisch. Also ganz ehrlich, wer glaubt, New Adult Geschichten sind real und total dem Leben nachempfunden, der glaubt wahrscheinlich auch, dass es Glitzervampire gibt. Also deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, weil man ja eigentlich weiß, dass es nicht real ist. Aber es hätte mir so ein bisschen Realismus mehr in die Richtung, hätte mir da schon gefallen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ansonsten, was die Nebencharaktere betraf, fand ich im Großen und Ganzen auch gut. Ich muss nur sagen, dass mir ihre beste Freundin Cara oder Cara, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, die ging mir streckenweise echt auf den Sack. Also die war eine coole Person, die war schon eine richtig coole Socke, aber mir persönlich ging die mit ihrer affektierten Art teilweise echt mega auf den Sack. Und ich hätte manchmal am liebsten einfach zu der gesagt, halt deine Fresse. Ey, wirklich, die hat mich streckenweise echt genervt. Und das war so, oh, ja. Ja, aber ich möchte trotzdem gerne Caras Geschichte lesen, denn Cara wird ihre eigene Geschichte wahrscheinlich kriegen. Ach ja, Seralina hatte mir ja gesagt, dass die Autorin, die Autorin hat dieses Buch auf Wattpad veröffentlicht, das steht auch hier drauf. Und sie schreibt auf Wattpad gerade den zweiten Teil, wo es halt um Cara und Cameron geht. Und ja, da weiß aber natürlich keiner, ob das Buch dann auch mit übersetzt wird. Deswegen schauen wir mal. Ich würde die Geschichte von Cara und Cameron auf jeden Fall lesen. Und ich würde auch die Geschichte von Theo und, wie hieß sie noch gleich? Wie hieß sie, Liz? Ach, wie hieß denn diese kleine, verrückte, die Theo immer so angebetet hat. Die war auch total niedlich, ne? Die fand ich total süß. Die andere Freundin von Veronica, die sie da noch kennengelernt hat. Aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich habe ihren Namen vergessen. Egal, aber auf jeden Fall, deren Geschichte würde ich auch lesen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ja, also wie gesagt, was die Nebencharaktere betraf, war alles im Großen und Ganzen auch gut. Es war, was die Bösen in dieser Geschichte betrifft, auch sehr offensichtlich alles. Was ich halt ein bisschen schade fand. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das alles so ein bisschen intriganter gewesen wäre, da man das nicht so auf den ersten Blick erkannt hätte. Aber, naja gut, es ist eine No-Adult-Geschichte, ne? Kein Kriminal-Roman, deswegen ist das alles schon okay. Ähm, ja, ähm, also Handlungen, wie gesagt, waren im Großen und Ganzen super. Charaktere waren im Großen und Ganzen auch super, wenn auch teilweise ein bisschen drüber und zu viel. Was das Setting betrifft, haben wir natürlich hier zum Teil ein ganz normales College-Setting. Dann spielt ein sehr, sehr großer Teil der Geschichte in Calebs Wohnung einfach. Was ich aber nicht schlimm fand, ähm, ich konnte mir die Wohnung super gut vorstellen. Und, ähm, dann spielt ein Großteil bei Cara auch und, ähm, auf der Arbeit, wo Cara mit Veronica zusammenarbeitet. Und ich kann nur sagen, dass mir das Setting im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich konnte mir auch die Szenenbeschreibungen richtig gut vorstellen. Ich konnte mir die Orte richtig gut vorstellen. Ich habe nur gerade den Namen der Stadt vergessen, wo das Ganze spielt. Ich habe gerade schon mal geguckt, aber ich finde es auf die Stelle auch, auf die Schnelle auch einfach nicht. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Also, man hat sich hier vom Setting wieder in so einer typisch amerikanischen Stadt befunden. Mit so einem Stadtzentrum für Reiche. Dann halt die armeren, ärmeren Stadtteile, die reicheren Stadtteile. So typisch amerikanisches Setting halt. Also, ist ja jetzt wurscht, ob das Chicago ist oder keine Ahnung, was für eine Stadt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist weg. Tata. Mein Fazit zu der Geschichte ist, dass es eine süße New-Edded-Geschichte ist. Dass es was ganz anderes ist, wie das, was ich erwartet habe. Und, ähm, ich mochte die Geschichte einfach. Auch, wie gesagt, wenn sie mir teilweise zu langatmig war und, ähm, sich teilweise zu langsam entwickelt hat. Und, ach, was mir auch auf den Keks ging, ne, wo die dann endlich zusammengekommen sind. Ich glaube, das war so nach 450 Seiten. Sind die dann irgendwann mal zusammengekommen. Ich glaube, so, der hat da ungefähr so. Also, so viel hatte ich gelesen, so. Und dann sind die zusammengekommen. Und, ähm, man hat eigentlich ja die ganze Zeit so drauf gewartet, dass ich zusammenkomme. Und dachte so, jetzt, jetzt. Und dann so, da, nein, wieder nicht. Und dann so, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann so, na, nein, wieder nicht. Und dann so, na. Aber deswegen bleibt man dran an der Geschichte. Was ich aber eigentlich sagen will, was mir noch so ein bisschen auf den Keks ging, auf gut Deutsch, waren diese Liebesschwüre dann, wo die endlich zusammen waren, ne. Die haben sich ja gegenseitig Liebes, ähm, Bekundungen gemacht, wo du dachtest, so, alter, ich fall gleich vom Glauben ab. Meine Fresse, schreibt ihr gerade schon euer E-Gelübde oder was ist das hier? Ey, das war wirklich so ein bisschen zu viel des Guten für mich. Also, ich meine, dass die, dass man vermitteln möchte dann, dass die beiden sich lieben, okay, und dass man dann auch mal schöne romantische Dinge sagt, okay, aber, puh, das war mir echt ein bisschen zu viel dann. Das ging mir so ein bisschen auf den Sack, aber, na gut, so ist das halt. Man darf auch mal genervt sein von Sachen in Büchern. Was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass mir das Ende gut gefallen hat. Ich fand das gut, dass die Autorin hier so zum Ende hin noch so eine kleine Intrige eingebaut hat und so eine kleine Verschwörung gegen die beiden. Und, ja, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen spannender gemacht zum Ende hin und, ja, Ende hat mir auch gut gefallen. Also, da kann ich nicht meckern. Also, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir Du bist mein Feuer gut gefallen hat, auch wenn es eine Geschichte ist, die mich streckenweise echt aufgeregt hat und streckenweise echt genervt hat und ich streckenweise echt Charaktere manchmal hätte links und rechts gern klatschen mögen. Aber es ist eine Geschichte, an der ich drangeblieben bin auf jeden Fall und die mich total interessiert hat, wie sie jetzt weitergeht, ne. Das ist so ein, das ist jetzt, würde ich nicht sagen, so ein Liebe-Hass-Buch, sondern das ist so ein Buch, wo man einfach wissen will, wie es weitergeht dann, obwohl man streckenweise einfach genervt ist. Kennt ihr das? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Naja, mehr gibt es zu Du bist mein Feuer eigentlich auch nicht zu sagen, außer, wer College-Geschichten mag, sollte es sich auf jeden Fall an. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher, wie immer gilt. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich vielmehr fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.